Also es ist legal, Internet, Radio, Sender mitzuschneiden. Das ist kein Problem. Es wird dann ein Problem, wenn Sie Ihre Aufzeichnungen, Ihre Mitschnitte, Ihre Hits sozusagen anderen zugänglich machen. Also ganz verboten, ganz eindeutig ist der Verkauf. Aber Sie dürfen Ihre Mitschnitte auch nicht einfach an irgendwelche Leute verteilen. Das ist nicht erlaubt. Gut, haben wir also...